hallo willkommen zu einem neuen kanal update und zwar wollte ich heute ganz kurz darüber sprechen was so neue projekte sind jetzt nur jetzt so mekabellum ist erstmal der patch angekündigt dass er das beibehalten will diese mechaniken diese unbeliebt sind und von daher jetzt neue projekte darüber wollte ich gerade sprechen doch schon am download fleißig über ein paar bestehende projekte sprechen und am schluss machen wir noch mal vielleicht das hörbuch das höre ich mir gerade an das finde ich ganz gut da und zwei drei worte darüber sagen vielleicht ja für die einen der ein oder andere das hörbuch auch interessant genau fangen wir erstmal an also erstmal es ist toll moment mit coh also diese replays die ich habe da in diese replays der woche ich habe jetzt aktuell das mit dem greyhound hochgeladen das ist im schießen komisch gewesen die greyhounds war wirklich schön zum angucken und ich hoffe ich noch ein paar schöne replays finden also das macht auf jeden Fall eine menge spaß das gesagt selber spielen und live spielen ich bin immer noch total überrascht dass es überhaupt beliebt ist aber es ist tatsächlich auch beliebt was macht man natürlich auch eine menge spaß selber zu spielen und hand aufs herz ja die meisten spiele die rocke ich einfach selber ja also ob ich ein weltmeister wäre aber ist natürlich das ist ja kein hohes skillniveau aber es fühlt sich natürlich gut an wenn man von sich selbst das spiel aufnehmen kann und man sich beweihräuchern kann wenn ich das spiel eins gegen zwei gewinne weil ich dauerliche kai dabei habe oder sowas spiele wird man fühlt sich als der held ist natürlich käse ja ich sage ja selbst wie viele fehler ich bei diesen spielen macht aber es fühlt sich natürlich gut an und wenn das dann auch gerne gesehen wird ist natürlich eine super situation und dann macht das auch spaß mit dem coi live spielen keine frage aber also das ist jetzt nichts als was als vorbild nehmen könnte wie spiele oder so weiter trotzdem ich bin froh darüber dass die leute das das auch mögen dass ihr das mögt das finde ich schön das macht mir wirklich spaß das gesagt macht aber langfristig glaube ich keinen großen sinn mit den live spielen weil ich habe jetzt mal angefangen die leute anzugehen wie ich die gerade spiele das sind ganz häufig top 100 spieler dabei und der aktuellen automat no way also so viele top 100 war das total krass ja total krass und dann hatte ich auch ein paar spiele gesehen die komisch waren ja also einer hat mich darauf hingewiesen der pecker war der eine man weiß es nie genau wie ein anderes spiel gesehen er hat das im g immer zufälligerweise die richtige richtung gedreht und dann habe ich gesehen die zufälligerweise mit ihnen getroffen haben mit seinem mortar das kann alles zufall sein aber also lang aber was mir meist stört ist nicht der teil ich gewinne ja trotzdem meist noch der teil der mich moment stört ist einfach dass das nicht competitive genug ist also es gibt ja keine leder wo ihr aufsteigen können wo ich messe mit leuten ja das fühlt sich alles so random an das hat keine große perspektive also ich mache es noch gerne weil es jetzt gerade richtig spaß macht und ihr es anscheinend auch gerne seht und dann kommen wir zwei sachen zusammen die man gerne machen kann aber bitte die ganzen suchzeiten und was da alles ist und manche spiele gehen auch wirklich nur zehn minuten inzwischen ja die kann ich dann gar nicht hochladen also da gibt es zu viele probleme ich habe auch zwei drei server probleme jetzt schon beobachtet also ich mache es auf jeden fall noch also es bleibt auf jeden fall behalten aber es wird fokus wird auf replays bleiben langfristig genau sonst spiele ich habe jetzt mal überlegt also erstmal baldos geht drei wie das let's play ich habe eben mit fabian gesprochen er erkennt ihn ja vielleicht noch der hätte vielleicht interesse irgendwann mal einen koop mitzumachen und der daniel der major würde ich vielleicht auch noch kennt von hoy 4 der wäre auch dabei hat er gesagt wir überlegen halt dann ob wir nicht vielleicht zu dritten koop spiel machen daraus das könnte ganz witzig werden also das wird dann wieder aufgenommen aber das kann nochmal locker im monat dauern oder so oder es steht noch ein bisschen den stern ja aber wir haben schon drüber gesprochen und das feedback war positiv also das ist nicht vergessen das spiel ich habe überlegt jetzt hier das wurde mir immer noch mal vorgeschlagen von mehreren seiten actual empire 4 zu spielen ich will ganz ehrlich sein ich habe also ich mache es mal drauf und versuche es nochmal aber ich habe das problem ist ja also es wird euch nicht wundern das zu hören jetzt aber also selber spielen ist von der klickrate einfach ein abartiges biest für mich ne also der gedanke dass ich da einen bogenschützen blop habe und dann habe ich einen blop mit irgendwelchen nahkämpfern und dann muss ich die hin und her alternieren die ganze zeit und dann noch auf den gegner klicken ich weiß es nicht oder nebenbei muss man natürlich die ganze wirtschaft noch bauen und dann noch mal scouten und dann vielleicht noch mal raiden und dann anti raiden natürlich und also das von der klickrate ist das halt also die hälfte des wettbewerbs minimum wahrscheinlich zwei drittel des wettbewerbs sind über die klickrate entschieden ja wenn die gleichgelegte haben dann geht natürlich mehr mehr die strategie wird entscheidend aber wenn ich gerade nicht habe könnte gar nichts machen und da ist das ein bisschen schwierig für mich ansonsten casten replays kann weil ich selber mich wieder rein spiele kann ich auch replays casten aber ist natürlich die frage wie hart man sich selber rein spielt es gibt auch neue fraktionen und viele sachen haben sich ja geändert man kann ja nur casten wo man sich auch auskennt mit von daher wird das ein bisschen eine schwierige herausforderung ich mache es mal drauf und gucke es mir an ich kann aber noch nicht sagen wo die reise hingehen wird ich habe bei co heißt meine klickrate von irgendwie 20 klicks pro minute auf 21 das reicht davor und hinten nicht ich gucke mal also ich mache es auch immer drauf und gucke es mir an ich kann auch nicht sagen was ich da genau machen werde am schluss also ich befürchte dass das aber nichts langfristiges wird der wettbewerb des spiels ist einfach zu stark über die klickrate obwohl ich das spiel wunderschön finde ist das mit der klickrate einfach sehr sehr schmerzhaft für mich persönlich ich bin wirklich langsamer klicker also ich meine man sieht ja in den live replays wahrscheinlich so die nächste geschichte also u boot ganz kurz da warte ich auf den release patch ne und darauf dass sie mit dem ton das ändern das fand ich super scheiße manche sprachsgabe brüllen euch ins ohren die andere kann man nicht hören das ist aber schon seit release also seit early access release meines wissens also da war ich sehr unzufrieden sobald release ist und dann alles geändert wurde kriegen die auch ein like von mir weil das ist eigentlich ein schönes spiel sonst ist obwohl diese hafenmission wo ich jetzt hängen geblieben war am schluss das ist irgendwie auch nicht so motivierend gewesen also ich warte auf release und dann gucke ich mal wie ich das mit der hafenmission angehe und dann schauen wir noch mal genau dann tower defense also legion tower defense überlege ich noch mal drauf zu werfen ich habe das immer wieder mal gespielt aber genau gibt es wohl eine multiplayer version inzwischen auch genau das nochmal zu machen ist wohl immer noch sehr beliebt das hat mir eine menge spaß damals gemacht tatsächlich ich habe jetzt auch erfahren eben wir haben wohl die nummer 1 der ladder oder was das wohl war früher eben auf dem discord der kann mir da vielleicht helfen ein paar sachen beibringen ja da überlege ich noch mal rein zu gehen da weiß ich auch nicht ob das jetzt ein ganz großer wurf wird aber da auch noch mal reinschnuppern aber da ich schon zweimal gemacht habe glaube ich dass das eher wieder so ein projekt ist wo ich einfach nur mit freunden zusammenspiel das geht auf der schiene wahrscheinlich mal sehen wo da die reise hingeht world of warship schmeiße ich auch noch mal drauf das wollte ich schon eigentlich seit monaten reingeguckt haben ich komme noch nie zu also die haben ja wohl jetzt U-Boote drin die wollte ich einfach mal getestet und angeschaut haben weil dann habt ihr ja jetzt alle Kategorien quasi ja so dass jetzt alle irgendwie Sinn haben ich sage ja nicht dass Zerstörer vorher keinen Sinn gehabt haben aber also ich hatte das Gefühl dass Zerstörer nicht so einen großen Sinn hatten vielleicht täusche ich mich da auch bei der Nippo drin aber jetzt gibt es auch VVU-Boote und mal gucken wie interessant das Spiel da durch wird ich wollte einfach mal reinschnuppern ist wahrscheinlich auch nichts langfristiges aber jetzt gerade habe ich ein bisschen Zeit jetzt gucke ich mir die mal an die Sachen genau das waren glaube ich hier die großen Beyond All Reasons noch genau das hat euch eine Menge Spaß gemacht das wird ja als Free2Play entwickelt und entsprechend langsam geht das leider auch das macht euch ja einen riesen Gaudi da können wir ein paar Teamspiels nochmal machen mit ein paar Replays also das auch immer ganz nett für nebenbei ich weiß nicht wo jetzt aktuell die Entwicklung ist aber da kann man glaube ich auch immer schön nochmal reingucken also jetzt nichts Hardcore bei ist einfach nur alles so ein bisschen nebenbei kann man tatsächlich sagen das andere was ich mir noch überlegt habe war aber das wird noch lange dauern dass wir Wolfpack wenn es U-Boot die U-Boot Geschichten mag Wolfpack habe ich ja auch mal da haben wir ja im Multiplayer öfter gespielt da ist man ja so im deutschen U-Boot Klasse 7 oder was das da ist und die haben jetzt auch inzwischen den ganzen Innenraum gemacht und einer ist der Kapitän einer ist der Navigator einer ist der Maschinenraum und das ist ja ultra realistisch ihr müsst ja jedes Rad selber drehen ja Tanksfluten und was nicht alles jeden Knopf, jedes Rad müsst ihr mit der Maus selber drehen deswegen wird das fast schon ein bisschen simpel vorkommen an dem anderen U-Boot Spiel an dem man das einmal durch hatte das macht einen riesen Spaß ist aber im super Schneckentempo wird das entwickelt und ich warte eigentlich auf den Patch wo man das PvP spielen kann und man kann jetzt schon oh der Böse man kann jetzt schon mit unendlich vielen Spielern gefühlt kann man mehrere U-Boote steuern und so ein Wolfpack aufmachen und das ist ja auch ganz witzig das können wir auch mal irgendwann machen aber es hat ja keine Replay-Funktion und da kriegt man immer nur sehr wenig mit vor allem wenn ich sage mal der, wenn der die Tanks flutet dann seht ihr im Video wie ich ein Rad auf und zu drehe und das war es dann das ist natürlich die Präsentation auch nicht ganz so dolle mal gucken, ob sich da irgendwas noch ändern aber die wollen auf jeden Fall irgendwann auch PvP mit Korvetten machen dass man ein paar im U-Boot sitzen ein paar in der Korvette da könnte ich mir ein schönes ja so Rollenspiel halt vorstellen das habe ich auf jeden Fall auf dem Radar aber ich denke, das kann noch Jahre dauern bis es fertig entwickelt wird in diese Richtung in jedem Fall Klassenspiel kann ich nur empfehlen aber noch sehr stark am Anfang in der Entwicklung gefühlt genau das wäre auch noch so ein Projekt aber das ist Zukunftsmusik ja, das waren eigentlich jetzt im Moment erstmal die ersten Projekte ich bin sonst noch offen für Vorschläge ich werde immer wieder gefragt ob ich Campus 3 nochmal anfassen will also die Bewertungen sind halt nicht besser geworden muss man sagen ich habe sie jetzt ein paar Mal wieder angeschaut und ist natürlich die Frage wie viel jetzt die Bewertungen aktuell mit dem DLC zu tun hatten was eine Frechheit wohl war also Bewertungen sind miserabel und das DLC das ist im roten Bereich hier irgendwo steht es und die haben ja auch viele Sachen gemacht die ich persönlich grottig fand also die haben gepatcht dass man Panzer in Panzer fahren kann Panzer konnten Infanterie noch nie überfahren in dem Spiel die Bugs mit der Infanterie sind meines Wissens immer noch drin ich habe die nicht einmal adressiert gesehen dass es funktioniert hätte ich habe seitdem aber auch nicht mehr wirklich gespielt aber in den Patchen als ich damals gelesen hatte wurde es nicht adressiert und viele andere Dinge die mir halt nicht gefallen und dann ist auch ein bisschen Comic-Stil und dann ist rauszoomen und wo ich wirklich das DLC kaufen wenn ich jetzt mehr Fraktionen haben will nicht Fraktionen sondern so Sachen die man benutzen kann ich weiß es nicht also Relic ist bei mir in dieser Hinsicht ein bisschen unten durch und mein Vertrauen auch und man sieht ja was die Community in Summe dazu sagt also ich bin nicht der Einzige der so denkt also wenn ich die Wahl habe zwischen Eins und Drei also dann ist Eins halt um Lichtjahre weiter oben in meinem Möchte-Spiel um Lichtjahre also ich bleibe wahrscheinlich bei Eins ich glaube nicht dass ich mich motivieren kann ich sage Ihnen nicht dass es ein Scheiß-Spiel ist ich sage nur dass ich halt einer bin der an Eins gewöhnt ist und Eins mag wie es ist mit dem Realismus dass Panzer Sachen umfahren können Leute überfahren können blocken können und viele andere Mechaniken und dass das in Drei doch sehr Arcade ist und viele Sachen nicht funktionieren wie sie sollten was ich persönlich finde inzwischen haben sie wohl das Replay-Tool ein Jahr später nachgeliefert finde ich auch eine Frechheit das so spät kommt ich weiß nicht ob sie inzwischen auch Ranked Automatch haben oder sowas keine Ahnung Kampagne wird immer noch von allen gehasst wenn man das nachliest ich will doch nicht ich will nur sagen das motiviert mich eigentlich wenig ach so um Broken Arrow natürlich wenn das kommt aber da weiß man nicht wie es weitergeht also da ist ja im Moment die Frage also die entwickeln das ja die ganze Zeit aber die geben keinen Termin und ich weiß nicht wann die nächste Beta kommt ich gebe von neu aus dass die noch so eine Beta machen die hatten ja schon irgendwie 5 oder so gefühlt also die steht halt dieses Jahr sucht euch irgendwas aus ihr seid genau so schlau wie ich bitte raten da freue ich mich auch riesig drauf Wano könnte man auch machen ich muss ganz ehrlich sagen Wano hat halt das Problem also erstmal dagegen wirkt Wano ich habe ja mal ein Video drüber gemacht also das schneidet besser ab im Vergleich zu Wano für mich persönlich und da habe ich da jetzt mehr Lust drauf und das andere Problem ist dass ich bei Wano zusätzlich noch den Lobby Simulator habe und der Singleplayer diese Kampagne Blödsinn da das habe ich überhaupt nicht gejuckt das fand ich nicht gut gemacht und von daher würde ich lieber auf Broken Arrow warten als jetzt nochmal Wano einzusteigen da habe ich viel mehr Motivation zu das ist tatsächlich sehr gut gemacht gewesen und daher warte ich da glaube ich auch drauf ansonsten habe ich noch in meiner Wunschliste eins das haben sie aber jetzt verschoben aus irgendeinem Grund hier müssen wir mal gucken wenn das irgendwann ein Release wird im Early Access können wir die Bewertung angucken im Forum bei ihm auf der Webseite hatte ich das Gefühl dass das eher so Larifari im Moment ist mit vielem Bug und vom Aussehen her weil ich mir ein Videomaterial gesehen habe habe ich mir nicht von den Socken gehauen im Key wollte er mir nicht schicken und ich gebe keine 60 Euro aus ohne die Bewertung von anderen zu sehen also von daher warte ich dann noch ein bisschen das hier das haben sie jetzt verschoben leider auf Mai wohl hauptsächlich wegen keine Ahnung weil politisch das irgendwie das hat ja mit Politik zu tun dass es besser passt zu den Wahlen oder so ein Käse die da machen in Amerika gerade das kann man dann Multiplayer spielen das würde mir auch noch mal reizen da rein zu gucken aber mir ist jetzt halt auf Mai verschoben leider genau das wären diese Projekte alle und ansonsten ich höre gerade diese diese bei Audible gibt es das über Audible könnt ihr die Hörbücher auch zurückgeben das habe ich gar nicht gewusst hatte ich jetzt ein Hörbuch gehabt das war nicht so schlecht im ersten Kapitel das wollte ich unbedingt zurückgeben dann habe ich es rausgefischt und man kann einfach die letzten beiden Hörbücher ohne Probleme zurückgeben ich weiß nicht genau was da die Regeln sind aber die letzten beiden konnte ich zurückgeben die mir nicht gefallen hatten das fand ich sehr gut auf jeden Fall Earthbound höre ich mir gerade an als Hörbuch und ich bin sehr kritisch also gefühlt ist jedes fünfte wenn überhaupt vielleicht auch nur jedes achte Hörbuch oder auch Buch generell motiviert mich den Rest lege ich immer frühzeitig beiseite ich bin da sehr kritisch bei den Sachen ich weiß auch nicht warum ich mich heutzutage nicht mehr so gut finde wie früher vielleicht liegt es daran dass das früher vom Verlagen war und man wusste dass sie eine gewisse Grundqualität hatten weil das halt oft ein Qualitätsproblem ist manchmal auch ein Inhaltsproblem aber wenn man das ordnet sich vorbereitet mit auf der Rückseite lesen und so weiter die nicht gelogen haben dann weiß man ja was für ein Thema einer wartet aber ja ich bin doch ich war super kritisch genau wie bei Filmen und bei dem bin ich jetzt tatsächlich gut hängen geblieben und freue mich jeden Abend darauf immer ein weiteres Kapitel zu hören jetzt mal kurz ein Wort darüber ich habe es noch nicht ganz fertig ich bin jetzt vielleicht bei der Hälfte oder so von daher ich versuche noch nichts zu spoilern aber nur mal ein Rundschritt was die Hälfte jetzt hergibt was mich motiviert das zu hören und fand das ganz originell noch gut gemacht deswegen ein Wort dazu das spielt auf der Erde und zwar so apokalyptisch also nach der Apokalypse die Apokalypse in dem Fall war eine Alien-Invasion damit fängt das dann direkt auch an also die haben die ganze Erde zerstört die Erde geht zugrunde und so weiter also es ist eine große Wüste also ein bisschen Spoiler aber ich versuche nicht zu viel zu machen und da ist jetzt ein Kamerad der hat halt das überlebt die ganze Apokalypse diese Alien dass sie die Welt zerstört haben ja und der findet jetzt ein Alien-Raumschiff mit einem Alien drin und einer anderen Tante die ebenfalls überlebt hat die ihn aber versucht hat zu ermorden und die drei müssen jetzt zusammenraufen weil keiner allein das Raumschiff fliegen kann und ja müssen dann quasi also erstmal hat man so die müssen das Raumschiff reparieren und dafür müssen die eben rumgehen und looten die müssen sich um Nahrung und Wasser kümmern also ich habe einen Teil der ist so dieses dieses typische anti-apokalyptische also After-Apokalypse so was wie wenn die Welt zusammenbricht was macht ihr ohne Strom wo kriegt ihr euer Essen her läuft da ein Zombie rum rumlaufende Banden die euch überfallen wollen also was man sich halt darunter vorstellt was ja jeder schon mal irgendwo in irgendwelchen Serien und so gesehen hat der Teil ist da drin aber der Teil mit dem wir wollen in der Erde fliehen mit Aliens und Raumschiff ist ebenfalls da drin ja da machen sie sich dann den Baits aus dem Raumschiff und da wird das Überleben von denen dargestellt und andere Probleme mit denen sie konfrontiert werden das ist ganz ganz interessant also das fand ich eine schöne Sache die drei Charaktere die diese da haben finde ich auch interessant ich weiß nur nicht in Summe wie abseits uns reicht das langfristig wird weil die alle drei ein bisschen niedergeschlagen wirken was wirklich realistisch ist noch da rein passend das Szenario aber ein bisschen wenig Abwechslung bietet mal gucken im Moment finde ich das noch interessant genau also das nur ein ganz kurzes Wort dazu also wenn dieses die Welt ist untergegangen mag und die spielen dann Survivor danach mit ein bisschen Alien-Touch der ist da glaube ich ganz gut aufgehoben und schon eine Serie zu sein und ich lasse mich mal überraschen wo es hingeht der Sprecher vom Hörbuch also das ist ein Deutsch wo ist denn der Sprecher ist das der hier der ist auf jeden Fall ganz okay der ist nicht spektakulär es gibt sicher bessere Sprecher also manche Stimmen die er spricht gefallen mir nicht so gut aber der ist auf jeden Fall okay und wie das Alien spricht auch die Begriffe die man nicht aussprechen kann das macht der sehr gut also ist auch von der Perspektive ganz solide gemacht 2016 kam das raus war wohl nie ein Hit geworden wenn man das hier anguckt also 31 Bewertung ist ja gar nichts also es ist wohl ein Flop gewesen vermute ich jetzt einfach mal weiß nicht ob das ein deutscher Autor ist und die Übersetzung nur ein Flop war also es ist ja 31 Bewertung für das Buch für einfach alles zusammen ja also für Hörbuch Kindle und Taschenbuch da hat der Autor leider nichts rausbekommen von also viel zu wenig Bewertungen kurzweilig Science Fiction top Skyfire man kann es lesen aber mit einigen Schwächen und das war es dann oder was langweilig ich habe es nicht verstanden interessant andauern passen auch einige Dinge ist gut dennoch kommt keine Spannung auf kommt keine Spannung auf ja weiß ich nicht also ich denke auch man hätte es besser machen können aber ich würde nicht sagen es langweilig war Spannung ist ja auch relativ also manche Bücher sind ja auch also was ist das alles Spannung also ein Liebesroman hat ja auch nicht unbedingt Spannung zumindest nicht so wie ein Horrorroman also da muss man da glaube ich auch die Durch und Korf schon lassen ich gucke mal gerade durch ah ok er sagt woran es geht die Hauptfigur hat kein Ziel sagt er hat die kein Ziel ich glaube der hat gesagt was er am Anfang machen möchte ich habe es nur wieder vergessen das war auf jeden Fall kein wichtiges Ziel das war so ein Ziel wie er geht einfach zu irgendeinem Punkt in dem er da sterben kann weil er weiß dass die Welt untergeht aber ich meine also wenn ihr wisst dass die Welt untergeht welches Ziel wollt ihr euch dann setzen also dann geht man zu einem Punkt wo man sterben möchte also ich bin doch nicht sicher welche Ziele sich da sonst setzen sollte zu dem Zeitpunkt wo die dann das Alienraumschiff finden hat er ja ein Ziel also von daher weiß ich nicht ob das eine faire Kritik ist ok also was der Kritikkammerad hier vorne meint ist dass der halt kein Ziel hat im Sinne von wenn der Alien nachher fragt mit dem Raumschiff ob er mitmachen möchte dass er einfach mitmacht und fertig man muss bedenken dass das damit anfängt dass dieser Lukas halt Selbstmord begehen möchte ja weil die Welt halt untergeht und dann mit dem Raumschiff der hat dann schon ein Ziel der möchte halt überleben auf dem Raumschiff und das merkt man auch in seiner Handlung wenn er eben noch Nahrung sucht zum Beispiel in solchen Geschichten also von da bin ich nicht sicher ob das eine faire Kritik hier vorne ist also ich hatte auf jeden Fall den Eindruck dass der Hauptdarsteller hier also der Protagonist dass der ein Ziel hatte also ich bin nicht sicher was der erwartet hat also das Ziel ist Überleben das muss man einfach mal klar so sagen und das merkt man in seiner gesamten Handlung von da würde ich diese Kritik ein bisschen als zu hart empfinden ehrlich gesagt abgesehen davon dass er nur einer von drei Charakteren ist also wie gesagt mir macht Spaß aber ihr habt es ja jetzt hier auch gelesen wenn ihr wollt ich finde es nett auf jeden Fall das war auf jeden Fall was ich loswerden wollte das war das kleine Update und dann sehen wir uns hoffentlich die Tage ciao ciao bis zum nächsten Mal